Ja, herzlich willkommen zum 12. Lichter-Filmfest Frankfurt International, zum Film von Neonazis und Superhelden von Adrian Oeser. Wir haben heute die Ehre, den Adrian Oeser als Gast hier zu haben. Da oben sitzt er. Er wird anschließend an den Film auch für ein Filmgespräch verfügbar sein. Das Filmgespräch wird dann Stefan Müller führen. Ja, kurz zum Film. Der Film behandelt den aktuellen Rechtsruck in der Gesellschaft. Eben anhand dieses Beispiels des Rechtsrock-Konzertes. Eine schöne, beziehungsweise nicht so schöne, Darbietung der aktuellen politischen Landschaft in Deutschland. Vor allem auch im Osten Deutschlands. Ja, viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Film und sage Film ab. Mein Name ist Stefan Müller und ich wollte den Adrian kurz nochmal vorstellen. Er ist ja hier bei Lichter schon häufiger vertreten gewesen. Er hat vor zwei Jahren einen Film gezeigt, der in Griechenland entstanden ist. Das war, genau, dieser Film, die Tasche des Flüchtlings. Dann hat er vor fünf Jahren den großen Preis bekommen mit einer Doku über ein Kibbutz in Israel. Mit einer Doku-Gruppe. Und dieser Film ist jetzt die Abschlussarbeit an der Film-Uni Ludwigsburg gewesen. Parallel hat er unter anderem auch für das Magazin Monitor gearbeitet beim WDR und ist mittlerweile beim HR in der Redaktion Dokumentarfilmer und hat auch einen Film gemacht, aktuell, der in der Mediathek noch verfügbar ist. Aber wir reden heute über den Film, der gerade gelaufen ist von Neonazis und Superhelden, die Kleinstadt Thema und der Rechtsrock. Wie lange hast du da im Vorfeld recherchiert? Also, ich muss sagen, dass ich gar nicht so lange recherchiert habe, weil das Themenfeld Rechtsrock und allgemein Nazis mir jetzt nicht fremd war, sondern mich das schon länger beschäftigt hat. Auch politisch und nicht nur journalistisch, sondern auch sozusagen in der Frage, was kann man gegen Nazis tun? Und ich hatte, der Ansatz für den Film war eigentlich, so ein Porträt von dem Ort zu machen und verschiedene Fragen zu beantworten. Also, wie kommt es dazu, dass diese Neonazi-Konzerte da stattfinden? Also, was für Faktoren machen das möglich? Was hat es mit der Stadt gemacht? Und wie sieht der Protest dagegen aus? Und mein Ansatz war, wir fahren da einfach hin und gucken, was passiert und wen wir kennenlernen und wer uns Interviews zusagt und aus welchen Gründen. Deswegen wusste ich natürlich vorher, wer sind die zentralen Akteure? Aber im Endeffekt ist alles, was man dann im Film sieht, vor Ort entstanden. Also, ich war zweimal vorher da, einmal zu einem Konzert und einmal zu diesem Fackelmarsch. Da ist auch der Holger da, der da Kamera gemacht hat und genau, da haben wir dann Leute kennengelernt und dann bin ich mit einem Kameramann von der Filmakademie Anfang Januar eben drei Wochen nach Thema gezogen, auch nur zu zweit. Und wir haben eben versucht, dann in dem Ort unsere Kontakte zu knüpfen. Dass sich die Rechten da von Anfang an so zugänglich gezeigt haben, warst du darüber überrascht? Ja, nein, würde ich sagen. Also, man kennt diese Medienstrategie ja von anderen Akteuren der Rechten. Also, zum Beispiel Götz Kubitschek, so ein wichtiger Akteur der sogenannten Neuen Rechten, der ja auch so eine Medienkampagne fährt und dann fahren alle zu ihm und machen so Home-Stories. Deswegen war ich schon, sozusagen wusste ich, dass es da vielleicht auch ein Interesse gibt, aber dass dann auch Tommy Franks so offensiv war, hat mich schon ein bisschen überrascht. Und der war halt auch von Anfang an sehr vereinnahmend. Also, es war immer unser Anliegen, da auch Distanz zu wahren. Also, der hat uns von Anfang an geduzt. Wir sind beim Sie geblieben und es war so ganz, ganz stark der Versuch, sich als Biedermann oder als so ein Wohltäter darzustellen. Mein Kameramann ist Grieche und dem hat er dann auch gesagt, dass es schon okay ist, dass er temporär in Deutschland ist. Also, sozusagen hat er gesagt, ja, das ist schon okay. Und ja, und auch Axel Schlimper hat immer versucht, uns klarzumachen, dass es doch okay ist, wenn man sein Land verteidigt und so weiter. Ich hätte mir ja gewünscht, dass mein Kameramann gesagt hat, ja, das sehe ich auch so. Seine Eltern, seine Großeltern waren nämlich kommunistische Partisanen in Griechenland, haben gegen die Deutschen gekämpft. Aber das haben wir dann doch nicht gemacht, weil das uns ein bisschen zu riskant vorkam. Also, sozusagen, aber es war immer so eine Frage, wie hält man da Distanz, weil uns das halt sehr wichtig war. Der von dir erwähnte Götz Kubitschek vom Gut Schnellroder hat ja auch einen Verlag gemacht und gilt als sozusagen die intellektuelle Spitze der neuen Rechten. Siehst du diese intellektuelle neue Rechte dort auch involviert? Oder ist das eher eine andere Szenerie im Thema, bei den Konzerten? Also personell ist das meines Wissens, es gibt vielleicht Leute im Publikum, die das besser wissen, eine andere Szene. Aber ich glaube, was ich halt auch deutlich machen wollte im Film ist, die müssen sich gar nicht persönlich kennen, aber die arbeiten trotzdem an einem gemeinsamen Hegemonie-Projekt. Also, die sind trotzdem an einer gemeinsamen Veränderung von Gesellschaft interessiert. Also, das geht ja von Leuten wie Tommy Frank, die dann wirklich ganz am rechten Rand stehen und auch einfach eine Neonazi-Szene vernetzen und bedienen, bis hin zu Leuten, die das dann einfach dulden. Die dann sagen, ja, was interessieren mich die Rechten? Die machen ja nichts. Also, überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, was da für eine Ideologie vertreten wird und was das für Konsequenzen hat. Und mein Eindruck ist, dass diese verschiedenen Gruppen, ob sie es wollen oder nicht, an einem Strang ziehen. Und das halte ich halt für sehr gefährlich. Die Verbindung zum Beispiel zu identitären Bewegungen hast du jetzt da auch nicht gesehen und auch nicht benannt. Inwieweit kann man davon ausgehen, dass die auch irgendwie involviert sind? Also, das merkt man dem Film vielleicht auch an. Das ist kein Recherchefilm. Da gibt es wirklich gute Journalistinnen und Journalisten, die das machen, die auch die Szene schon jahrzehntelang beobachten. Aber das war überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich wollte ein Porträt von diesem Ort zeichnen. Und trotzdem war es mir wichtig, dass ich die Leute, die da Akteure sind, nicht unkontextualisiert lasse. Also, dass ich beispielsweise Katharina König, die ja meine Expertin ist, immer wieder auch sagen lasse, die sind nicht die Biedermänner und die Wohltäter, als die sich inszenieren, sondern das sind Leute, die halt in einer Szene vernetzt sind, die wirklich gefährlich ist, die die tödliche Ideologie vertritt. Also, sozusagen, das war mir trotzdem wichtig, das zu kontextualisieren. Aber ich wollte jetzt nicht die verschiedenen Verbindungen in der Szene aufzeigen, weil das einfach ein anderes Format ist. Wir können es an dieser Stelle schon mal sagen, dieser Film wird in wenigen Wochen in Dreisat zu sehen sein, im Rahmen eines Themenabends. Wann genau? Also, es ist noch nicht offiziell programmiert, jetzt im Internet oder so, aber am 29. Mai. 29. Mai, Dreisat, Themenabend, Rechtsrock. Es gibt ein Buch, das heißt Mit rechten reden. Da wird kontrovers darüber diskutiert, ob man denen überhaupt eine Stimme geben soll, weil das ist ja sicher etwas, worüber du auch nachgedacht hast. Die können natürlich über die Interviews, die du geführt hast, in gewisser Weise auch ihre Ideologie verbreiten. Du bist zu dem Schluss gekommen, es so zu machen. Du hast es auch nicht bereut. Gab es hinterher Diskussionen in deinem Umfeld, an der Film-Uni zum Beispiel, dass Leute gesagt haben, wir hätten es anders gemacht? Also, dass ich es nicht bereut habe, würde ich nicht sagen. Das ist ein stetsiges inneres Aushandeln. Aber ich glaube, ich würde es so ein bisschen trennen. Also, ich als Journalist rede mit Rechten und Neonazis, weil das dazu gehört zu einem, wenn ich ein Bild zeichnen will, von diesem Ort Thema. Das war für mich auch einfach eine Entscheidung. Ich habe gesagt, ich will in dem Ort alle relevanten Akteure porträtieren und dazu gehören die halt auch. Politisch würde ich sagen, dass man nicht mit Rechten reden sollte, weil es sozusagen nichts bringt. Der Ansatz ist ja auch bei mit Rechten reden, dass man irgendwie dann durch eine Diskussion die überzeugen kann oder so, was ich für vollkommen abwegig halte, weil die ja ein ideologisch sehr gefestigtes Weltbild haben und ihre Diskursstrategie ja auch nicht auf einem rationalen Argument beruht, sondern darauf, irrationale Gefühle zu streuen, egal ob die eine reale Grundlage haben oder nicht. Deswegen würde ich sagen, man muss halt Neonazis politisch-gesellschaftlich-kulturell isolieren und bekämpfen. Aber trotzdem muss ich, finde ich, ist meine Entscheidung, als Journalist dahin gehen und gucken, was für eine, also was sagen die und was macht das auch mit dem Ort. Und deswegen Katharina König-Preuß als so ein Gegenpart. Trotzdem war es mir auch ein Anliegen, so schwierig ich das selber finde, auch zu zeigen, wie sie sich halt darstellen. Und nach Abschluss des Drehs und auch nach Abschluss des Schnittprozesses waren auch Kommunalwahlen in der Region, zu denen auch Tromi Fränk angetreten ist. Und er hat halt in Kloster Fessra selbst 40 Prozent bekommen und in Thema 20. Und dann denke ich halt auch, ist es für mich relevanter, den zu zeigen und zu zeigen, wie der sich verhält, als es nicht zu tun, weil er ist halt eine relevante Größe in der Region. Was mir aufgefallen ist, in diesem Ort gibt es offenbar keine Einwanderer, keine Flüchtlinge. Ist das richtig? Genau, also es gibt sozusagen zwei Menschen in Thema und der Region, die ich kennengelernt habe, wo man sozusagen nach äußerlichen Kriterien vermuten könnte, dass sie nicht schon seit Generationen in Deutschland leben. Und die sind beide auch einerseits integriert im Ort, andererseits aber auch isoliert. Also es ist wieder schwierig. Es ist so eine komische Form von Toleranz, was absurd ist, weil die Leute leben da schon seit Jahrzehnten, aber es gibt glaube ich schon so einen, naja, es ist trotzdem halt eine Kleinstadt und man lebt irgendwie miteinander. Also der Holger und ich waren da Döner essen nach dem Fackelmarschen und dann kam halt ein Typ rein mit einer Jacke, wo drauf stand auch ohne Sonne braun und einer schwarzen Sonne in der Mitte und hat gesagt, hey Ali, ich hätte gern Döner mit so und so. Also zu sagen, dieses Stadtleben funktioniert weiter, war für uns eine vollkommen groteske Szene. Und der hat dann auch gesagt, nee, er hat keine Angst und so weiter. Jetzt, dann gibt es noch einen anderen Menschen, der da auch ein vietnamesisches Restaurant betreibt und der glaube ich ist schon jetzt in letzter Zeit mehr betroffen von der Ausbreitung rechter Strukturen vor Ort, weil er auf dem Grundstück lebt, das Tommy Frank kürzlich erworben hat, das ihm glücklicherweise jetzt wieder aberkannt wurde, weil es da einen Verfahrensfehler gab in der Versteigerung. Aber das war sehr bedrohlich, glaube ich. Ihr habt den Film auch schon dort gezeigt. Wie waren da die Reaktionen? Also genau, wir haben eine Thema-Premiere gemacht, letztes Jahr im November. Das war ziemlich aufregend für mich. Ich war echt angespannt und da waren ungefähr 150 Leute im Schützenhaus von Thema. Es war echt voll. Frank auch? Nee, der wäre auch rausgeflogen. Also, weil das hat das Bündnis Thema gegen Rechts organisiert und die machen von ihrem Hausrecht Gebrauch und schließen Leute der Extremrechten oder Neonazis aus, was ich auch richtig finde. Aber es waren halt ganz viele Leute da, der Saal war gespalten. Die eine Hälfte fand, dass das Bündnis gute Arbeit machten, die andere Hälfte fand, dass das Bündnis Thema spaltet und dass die Neonazis halt nicht so schlimm sind. Und was mich wirklich schockiert hat, war, dass der Leiter der Grundschule, Anne Frank, im Thema nach dem Film, das war die erste Wortmeldung, gesagt hat, danke Anita, das ist die Frau, die sagt, die Wiese war so sauber und so, dass du das im Film gesagt hast. Weil das muss man auch mal klarstellen, man muss die Nazis tolerieren. Und dann habe ich halt gesagt, das ist eine Toleranz, die man sich leisten können muss, weil sie für alle lebensgefährlich ist, die sozusagen nicht in das Raster Lebenswert von Neonazis passen. Also das war irgendwie eine sehr, sehr aufgeheizte Diskussion. Das hat sich auch echt schnell hochgesteigert. Genau, ist einfach ein gespaltener Ort. Bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, auch Fragen zu stellen, wollte ich ganz kurz noch mal eine Frage zur Musik stellen, die von Max Kluth stammt, der eventuell auch hier heute Abend ist. Hallo, willkommen. Max Kluth, der ja in Frankfurt sehr bekannt ist und sehr oft auftritt mit seiner eigenen Jazz-Combo, aber auch mit indischen Projekten, wie man hier auch unschwer erkennen kann an dem T-Shirt. Hallo, guten Abend, Max. Hi, hallo. Die Musik ist ja sehr zurückgenommen und man muss ja wirklich drauf achten. Am Schluss wird es dann noch mal ein bisschen dramatisch, aber du machst ja relativ viel Filmmusik. Wie bist du das Projekt angegangen? Na ja, das war jetzt schon das dritte Projekt, was wir zusammen gemacht haben, Adrian und oder war es das zweite? Das dritte? Das dritte? Das vierte? Wir sind das so angegangen, dass wir uns bei mir getroffen haben im Wohnzimmer. Wir haben zum Mittag gegessen, uns den Film angeschaut und erst mal über Stimmung und Atmosphären im Film gesprochen und dann ist die Musik, soweit ich mich erinnere, relativ schnell entstanden. Ich war da gerade zurück von einer Orchesteraufnahme, die ich, ich habe ja auch an der Filmakademie studiert in Ludwigsburg, da haben wir uns kennengelernt und ich hatte gerade im Rahmen von dem Studium mit dem Orchester in der Slowakei verschiedene Texturen aufgenommen und das war dann eigentlich der Anknüpfungspunkt. Die Texturen waren sehr creepy, sehr grotesk, befremdlich, unangenehm und das war eigentlich die Stimmung, die du auch hattest und die du wolltest, dass der Film und die Musik vermittelt. Dankeschön. Wir kriegen ja im Prinzip außer dem Liedermacher nichts zum Glück, nichts mit von dem Rechtsrock-Inhalt. Du hast es am Anfang zitiert, ein paar Texte und das finde ich auch gut so. Wie gesagt, ich würde jetzt Ihnen gerne die Möglichkeit geben, sich zu melden und Fragen zu stellen, komme ich mit dem Mikrofon zu Ihnen. Gerne einfach mal ein Handzeichen geben, dann komme ich direkt hin. Ich hätte mal eine Frage, ob Sie was sagen können über die Reaktion der Behörden oder speziell der Polizei auf diese Sachen. Ich habe ja volles Verständnis dafür, dass man so Konzerte nicht einfach verbieten kann. Das ist Meinungsfreiheit und das ist Versammlungsrecht und das würde wahrscheinlich auch von den Gerichten sofort einkassiert werden, wenn da jemand versuchen würde, das einfach zu verbieten. Aber es ist ja so, wenn diese Konzerte dann erstmal laufen und die Nazis haben dann schon ein paar Bier getrunken, dann dauert es ja nicht lange, bis sie anfangen, Sieg Heil zu brüllen und den Hitlergruß zu zeigen und all diese Dinge. Und das ist doch der Zeitpunkt, spätestens, wo die Polizei eigentlich eingreifen müsste und diese Versammlung beenden müsste. Das ist ganz klar Volksverhetzung, was da passiert. Haben Sie in der Hinsicht mal nachgefragt, warum das nie passiert? Ja, das habe ich gemacht. Also man muss ganz klar sagen, da bei dem großen Konzert im Juli 2017 ist, glaube ich, aus so einer polizeilichen Perspektive alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Man hat das von Anfang an vollkommen falsch eingeschätzt, obwohl es ganz viele Akteure gab, die gesagt haben, dass das riesig wird. Aber es gab halt anscheinend kein Bewusstsein dafür, dass das so ein großes Konzert wird. Und man war vor Ort dann schlicht und ergreifend nicht handlungsfähig. Das haben ja alle Leute von Katharina König bis hin zu Thomas und auch dem Innenminister gesagt, die waren einfach zu wenige. Da waren 6.000 Neonazis und die hatten einfach nicht genug Polizei, um da reinzugehen, was halt einfach unmöglich ist. Da ist ja eine absolute Parallele auch zu sehen zu sowas wie Rostock-Lichtenhagen 1992. Da hat sich die Polizei ja sogar zurückgezogen und im Nachhinein ist klar geworden, das war eine Strategie, damit man hinterher das Asylrecht verschärfen konnte. Ja, soweit würde ich da jetzt nicht gehen. Auch weil es ja nicht zu Übergriffen kam, dann im Thema. Aber trotzdem war es so, dass halt die Einsatzplanung total schlecht war und dann, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass es einfach kein Bewusstsein dafür gibt. Und Katharina König hat auch zum Beispiel so gesagt und da kann ich ihr nur zustimmen, sie ist sonst keine Freundin von Polizeigewalt, aber in dem Fall sozusagen hätte man schon, wie es so schön heißt, mit unmittelbarem Zwang diese Hitlergrüße unterbinden müssen und dann die Leute eben anzeigen, die die Straftat begangen haben. Man muss sagen, dass Georg Mayer damals noch nicht Innenminister war, der wurde erst im August 2017 Innenminister, glaube ich. Und der hat sich dann, das sage ich auch im Film, so diesen Kampf gegen die Rechtsrock-Konzerte zur Hauptaufgabe gemacht, aber man muss leider sagen, dass da wirklich nichts bei rumgekommen ist. Also die Zahl nimmt weiter zu und er hat mir jetzt letztens auch gesagt, als wir uns bei so einer Veranstaltung hier in Frankfurt getroffen haben, dass er keine Möglichkeit sieht, das rechtlich einzugrenzen, wo Katharina König sagt, dass einfach nicht gut genug argumentiert wird vor Gerichten, weil einfach die Klagen wirklich laut ihrer Aussage, ich kann das selber nicht, also ich habe sie nicht gelesen, die Urteilsbegründung oder die Klagebegründung, dass es einfach schlecht recherchiert und schlecht gemacht sei. Nun gab es im Jahr 2018 weitere Konzerte, du hast ja am Anfang des Jahres dann das letzte Mal gedreht, das haben wir jetzt am Schluss gesehen, das heißt, es ging ja weiter. Wie ist es denn weitergegangen mit dem Protest und mit den Konzerten? Du hast es jetzt angedeutet, es gab ja wahrscheinlich dann wieder ein Jahr später wieder ein großes Konzert. Genau, also es gab nie wieder so ein großes Konzert bis jetzt wie im Juli 2017, aber es gab letztes Jahr im Juni ein großes zweitägiges Festival von der NPD, da waren glaube ich dann an den beiden Tagen ungefähr 2000 Leute da und da hat sich die NPD so versucht in der Rechtsrock-Szene nochmal zu profilieren und eben auch wieder die Neonazi-Szene mehr einzubinden und da hat das Bündnis Thema gegen Rechts auch einen zweitägigen Protest veranstaltet und die haben echt meinen größten Respekt, weil die sind unglaublich isoliert in diesem Ort, die sind ganz klar in der Minderheit und machen jetzt wirklich schon ganz lange diesen Protest, die haben ja auch schon vor diesem großen Rechtsrock-Konzert 2017 angefangen und bringen eine Energie und ein Durchhaltevermögen auf, wo mir echt immer wieder fast der Mund offen stehen bleibt, weil zu diesen Demos kommen dann so 100, 200 Leute und das ist halt schon ein großer Erfolg und die Leute lassen sich nicht entmutigen, sondern machen immer weiter und lassen sich immer wieder was Neues einfallen, also die haben dann 2018 einfach dieses Gelände umzäunt, damit es nicht spontan erweitert werden kann, das war eine total gute Aktion, fand ich, oder haben dann nochmal Holzkreuze beschrieben mit den Namen der Todesopferrechter Gewalt und haben die da neben dem Konzertgelände aufgebaut, was auch bildlich einfach ein gutes Statement war und ja, man kann sagen, dass die Polizei da auch zumindest eine Sache richtig gemacht hat, sie hat den Sänger von Brutal Attack von der Bühne geholt, weil er ein indiziertes Lied gesungen hat, also es gab da sozusagen auch auf der polizeilichen Seite zumindest an einem Punkt einen Fortschritt. Du hast ja auch gezeigt, dass Frank im Prinzip über Facebook die Sachen live streamt. Wie ist es denn dann, wenn dort indizierte Lieder gestreamt werden? Es gibt ja wahrscheinlich, wir haben das ja jetzt gerade gesehen, im Zusammenhang mit Christchurch, ein Defizit im Hause Facebook Content entsprechend zu behandeln. In dem Fall wird das wahrscheinlich ja auch so sein. Das heißt, wenn indizierte Lieder live gestreamt werden von diesem Konzert und tausende, wahrscheinlich noch mehr Leute in dieser Szene erreichen, ist dagegen nichts zu machen offenbar. Kann ich nicht beantworten, weil das nicht so richtig mein Themenfeld ist, aber Frank ist ein guter Stratege und macht gute Öffentlichkeitsarbeit und der wird da stark darauf achten, vermute ich, dass da nichts Indiziertes gespielt wird, wenn es live gestreamt wird. Gerne nochmal melden, wenn weitere Fragen sind. Ja, komme ich zu Ihnen. Machen Sie das gerne ruhig über das Mikrofon. Na, mich würde jetzt noch interessieren, du hast gesagt, also die Klagen, die sind nicht gut formuliert, die jetzt in die Gerichte kommen. Okay, aber mich würde auch interessieren, wer sitzt denn da in den Gerichten? Das wäre vielleicht auch interessant. Wer entscheidet, dass das eben nicht gut genug ist und so? Das, vielleicht sollte man da, aber vielleicht weißt du was drüber, Adrian. Nicht so wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie da die Gerichte zusammengesetzt sind und es ist, glaube ich, auch echt nicht so einfach. Also Versammlungsrecht ist halt wirklich auch ein hohes Gut und es ist, glaube ich, nicht so leicht, weil es auch immer wieder die Organisatoren wechseln und so weiter. Also Tommy Frenk ist trotzdem die Schlüsselstelle dazwischen Riesenbesitzer und Konzertveranstalter und so weiter und macht, glaube ich, auch viel im Hintergrund, aber es ist trotzdem nicht so, dass man sagen kann, immer wieder die gleiche Person meldet an und deswegen kann man jetzt mit einer Gefahrenprognose oder so sagen, es wird wieder zu Straftaten kommen. Also wie das im Einzelnen ist mit diesen Verbotsverfahren, da wäre es schön, wenn jetzt Katharina König zum Beispiel hier wäre, die könnte da mehr zu sagen. Wir haben in diesem Jahr mehrere Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern und soweit ich gehört habe, hat sich die AfD vorgenommen, in Brandenburg und vielleicht sogar in Sachsen stärkste Kraft zu werden. In Thüringen existiert immer noch Björn Höcke für die AfD. Den Namen hast du jetzt im Film nicht explizit erwähnt. Ich weiß nicht, inwieweit er schon mal bei den Konzerten selbst zugegen war. Würdest du eine Einschätzung wagen, was den Ausgang dieser Landtagswahlen angeht, dieses Jahr? Also Höcke war sicher nicht bei den Konzerten. Das gehört ja auch zur Strategie der AfD, eben da halt nicht hinzugehen. Jetzt zumindest nicht Politiker, die so eine öffentliche Bekanntheit haben wie er. Und zu den Landtagswahlen, ich bin jetzt auch, mache jetzt keine Wahlanalyse oder so da, aber ich kann nur über Thema sprechen und da ist es eben, wie ich vorhin gesagt habe, so, dass Frank als offener Neonazi sehr viele Stimmen bekommt und aktuell sieht es so aus, dass es in den Umfragen nicht für Rot-Rot-Grün reicht, was ja aktuell die Landesregierung in Thüringen ist und dann stellt sich die Frage, was für politische Bündnisse da möglich sind. Und ich vermute, dass die AfD stärker wird. Ich war letztens in Plauen mit dem Film, also in Sachsen und da ist es wirklich so, dass die Leute, die Anti-Nazi-Arbeit machen, mit denen ich mich da getroffen habe, dass die wirklich beunruhigt sind. Sind denn die Leute, die diese Arbeit machen, diese Anti-Nazi-Arbeit, fit in den sozialen Netzwerken? Weil das scheint ja auf der anderen Seite nach all dem, was man hört, eine absolute Domäne zu sein, der Rechten, die sozialen Netzwerke zu bedienen. Die machen das schon gut, ja. Also die haben Twitter, Facebook und Du meinst jetzt die Also die Anti-Nazi-Leute. Also die sind da schon hinterher und versuchen da auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das heißt aber, wir stellen jetzt fest, es wird in diesem Jahr wahrscheinlich wieder Konzerte geben und es geht erstmal so weiter wie die letzten Jahre ohne große Veränderungen. Ja, also es wird dieses Jahr wieder große Konzerte geben, das stimmt. Die sind auch schon ein paar angemeldet. Die Initiative da vor Ort versucht wirklich, sich da kontinuierlich gegen zu arbeiten und in der Bevölkerung noch mehr Leute dazu zu bringen, dagegen zu demonstrieren. Ich meine, es ist auch nicht weit von hier, man kann da auch mal hinfahren, da ist man fährt zweieinhalb Stunden. Es ist auch wirklich interessant, sich das auch mal anzugucken, wenn man da noch mit demonstriert, umso besser. Und ja, also das Absurde ist, der, einer der Einsatzleiter, der jetzt im Juni, als dann auch der Sänger auf der Bühne von Brotel Attack verhaftet wurde, der ist sehr darin interessiert, diese Konzerte polizeilich einzugrenzen und hat jetzt mich und den Thomas Jakob von der Initiative Thema gegen rechts eingeladen, vor 300 Polizeiauszubildenden den Film vor den nächsten Konzerten zu zeigen in Meiningen, also in Thüringen, um da Sensibilität zu schaffen. Ich bin da skeptisch, ob das erfolgsversprechend ist, aber ein Versuch ist es vielleicht wert. Ja, mal schauen. Du bleibst grundsätzlich am Thema neue Rechte dran. Hast du da ein aktuelles Projekt, wo du im Moment recherchierst? Nee, also und ich muss auch sagen, ich arbeite ja sehr projektbezogen, also das heißt, wenn ich an einem Film arbeite, mache ich halt den Film und wenig andere Themen. Deswegen ist das so was, was auf jeden Fall mitläuft, wo ich versuche, am Ball zu bleiben. Ich habe den rechten Rand und das Antifa-Infoblatt im Abo, also sozusagen tolle Quellen, wo man immer wieder merkt oder mitbekommt, was halt relevant ist gerade, aber ich arbeite jetzt nicht an einem Film zu dem Thema aktuell. Wir haben ja am Anfang gesagt, der Film läuft am 29.05. in Dreisert, aber es war ursprünglich keine Auftragsarbeit einer Redaktion des Fernsehens. Das war dein Abschlussfilm in Ludwigsburg. Da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Situation ja insofern ganz angenehm ist, denn man muss ja, wenn man Filme fürs Fernsehen macht, das hast du jetzt in der Situation mit diversen Redaktionen, reden die dann vielleicht sagen, mach es doch anders und das kannst du so nicht machen, du musst das so machen. Hast du das als Freiraum empfunden, an der Filmhochschule diesen Abschlussfilm ohne Redaktionen zu machen, die dann dir reinreden? Auf jeden Fall. Allein aus dem Grund, weil es auch genauso gut hätte schiefgehen können. Wir sind da relativ, wie ich ja vorhin gesagt habe, ohne einen konkreten Plan hingefahren und haben einen Film gemacht, der vor Ort entstanden ist. Ich glaube, das kann man sich mit einem größeren Produktionsbudget, wo auch einfach viel mehr Geld dann dranhängt, überhaupt nicht so gut erlauben oder ich würde es mich vielleicht jetzt nicht so unmittelbar trauen und ich konnte dann einfach den Film, ich habe den auch selbst geschnitten, dann einfach so machen, wie ich ihn machen wollte. Gleichzeitig bin ich auch niemand, der jetzt sagt, Redaktionen sind immer störend, sondern oft ist es auch so, dass da auch gute Ideen kommen, aber klar ist es echt schön, auch einfach einen Film machen zu können, wie es einem passt. Vielen Dank, Adrian Oeser, für diesen Talk. Wir können, wenn Sie möchten, draußen noch weiter diskutieren. Hier kommt irgendwann auch der nächste Film, allerdings nicht im Rahmen des Lichter Filmfests. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, ja? Ich würde noch gerne eine Sache sagen, weil jetzt waren in letzter Zeit so viele Filmgespräche und immer wieder ging es darum, dass die Nazis mich da ja reingelassen haben und so und sich dann so öffentlich zeigen und so weiter und da gab es immer viel Diskussion drüber und mir ist eine Sache aufgefallen, jetzt beim Schauen gerade, dass ich es eigentlich total irritierend finde im Nachhinein, dass diese Initiative Thema gegen Rechts mich dann auch zu diesem Plenum, also dass ich da filmen durfte, weil ich nochmal so drüber nachgedacht habe, die sind so mutig, die zeigen da Gesicht, die wohnen vor Ort. Ich war immer froh, als ich aus dem Thema weg war. Im Thema weiß jeder, wer wo wohnt und nicht jeder im Thema, also nicht, also Tommy Frank, glaube ich, weiß jetzt nicht, wer im Bündnis ist und ich fand das schon echt mutig von Ihnen, dann auch die Entscheidung zu treffen, öffentlich Gesicht zu zeigen und zwar nicht nur der Sprecher Thomas, sondern eben alle und ab dem Moment, wo der Film dann im Thema lief, auch alle wussten, okay, die gehören zum Bündnis und das wollte ich nur nochmal hervorheben, weil immer so viel über die Nazis geredet wird und ich dachte, das ist auch nochmal so ein wichtiger Aspekt. Das ist aber davon auszugehen. Ja. Eine letzte Frage dann doch noch, es ist aber davon auszugehen, dass die Rechten mittlerweile auch irgendwie eine Kopie bekommen haben. Wüsste ich jetzt nicht, also der Film wurde im Thema öffentlich gezeigt, da waren keine organisierten Rechten da und bei den anderen Veranstaltungen waren auch unseres Wissens und da waren meistens Leute vor Ort, die die lokalen Akteure erkannt hätten, waren auch keine da, aber klar, sobald sie den auf Dreisat gesehen haben, werden sie ihn auch haben. Also, ja. Ist ja dann auch eine Mediathek. Dankeschön, dass Sie hier waren. Sie werden in Kürze erfahren, wer den Wettbewerb des Lichter Filmfests gewonnen hat, denn in diesen Minuten läuft in der Naxos-Halle die Preisverleihung und danach läuft der Abschlussfilm und dann ist dieses Festival, der zwölfte Jahrgang, dann auch schon zu Ende. Aber das nächste Festival steht bereits vor der Tür, nämlich Go East. Das läuft nicht nur in Wiesbaden, sondern auch hier. Da können Sie gerne draußen die Programme mitnehmen und sich da schon mal informieren. Ansonsten liegt auch schon das April-Programm aus hier vom Haus DFF. Einen schönen Abend Ihnen, alles Gute und ja, bis demnächst. Und danke fürs Kommen. Und noch eine Frage. Ist jemand aus Thema hier? Die erste Vorführung, glaube ich. Nee, die zweite, wo niemand aus Thema da ist. Das ist verrückt. Bisher war meistens jemand aus Thema da. Auch von meiner Seite. Danke fürs Kommen. Das wollte ich noch fragen. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.